Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft Sky. Es wird heute wieder, wahrscheinlich, keine normale Folge werden, denn ich habe mein Problem aber noch nicht behoben. Ich kann es auch irgendwie nicht beheben. Und wir gehen heute mal ein bisschen auf Problemsuche, denn ich habe in meinem Discord, ich habe übrigens auch einen Discord, das wissen allerdings sehr viele Leute gar nicht, dass ich keinen Discord habe. Habe ich mal, oder haben ein paar Leute geschrieben, was es denn vielleicht sein könnte. Vielleicht finden wir darauf eine Lösung. Eine gemeinten, das ist die Voicemod, aber von der wurde kein Update gemacht und an sich macht es auch relativ wenig Sinn. Aber wenn es Sinn machen würde, ich kann es auch nicht testen, denn ich werde immer wieder hier hochgepottet. Das sind übrigens die Sachen, mit denen ich so zu kämpfen habe, während ich offskill spiele. Was wollte ich sagen? Genau, ich kann es auch nicht testen, weil die Voicemod leider serverseitig ist. Aber eine andere Sache, es wurde gemeint, dass es vielleicht Blöcke sein könnten, die Spieler imitieren, wie zum Beispiel der Autonomous Activator oder der Killer Joe. Und deswegen wollte ich gerade eigentlich versuchen, die mal umzubauen oder abzubauen, je nachdem oder auszustellen. Wir haben hier hinten ja zwei Stück, einen oben, einen unten. Dann haben wir unten einen, der das Zeug trinkt für XP und sowas. Und ich weiß gar nicht, wo wir sonst noch einen haben. Und es wurde noch gesagt, es könnte sein, dass eine Multi-Block-Struktur irgendwie auf einer Chunk-Grenze steht, was zum Beispiel bei der Schmiede der Fall sein könnte. Aber, ja, ich weiß nicht. Das wäre halt auch... Also die Schmiede war erst da, nachdem ich die Lacks hatte. Deswegen, die wird es wahrscheinlich nicht sein, aber vielleicht irgendwas anderes. Okay, ich gucke mal, dass ich mich jetzt gleich wieder von diesem Fleck hier wegbewegen kann. Und dann schnappen wir uns einen Ranch und versuchen mal, Sachen abzubauen. Okay, das ist eine Sache, die vielleicht auch noch dazu führen könnte, dass es so ist. Wir haben ja hier einen Tank, der hier rechts nebendran, der Reson Importable Tank, in dem ist Mob Essence drin, die immer von dem Grinder kam. Allerdings, als ich das Ganze umgebaut habe, habe ich den Killer Joe unten angeschlossen. Und dadurch wurde nicht Mob Essence, sondern Liquid XP, wie ihr es in dem Rohr seht, in das Rohr gepumpt. Und das Rohr wird jetzt halt... Also die Flüssigkeit füllt sich immer in einem Rohr, aber kann nirgendwo hin. Könnte vielleicht auch daran liegen, wir gucken es gleich mal. Ich habe jetzt ein autonomes Actual abgebaut, das ist schon mal sehr gut. Und wir gucken jetzt gleich mal, ob es vielleicht an einem Tank hier liegen könnte. Hab hier doch die Caches geupgradet? Oh boy! Genau, wir gucken jetzt gerade mal, ob wir einfach einen anderen Tank haben. Ich muss jetzt immer warten, bis das Server eine Sache verarbeitet hat, die ich gemacht habe. Und dann mache ich den Hicks. So funktioniert es halbwegs gut. Ist nur ungefähr, ja weiß nicht, so 30 Sekunden Delay oder sowas vielleicht. Also, damit lässt sich sogar nur so halb arbeiten. Ich habe auch meine Rüstung abgelegt, weil ich irgendwie eine Zeit lang das Gefühl hatte, dass meine Rüstung daran schuld ist. Und einmal hat es auch funktioniert. Also ich habe irgendwie meine Rüstung ausgezogen. Und danach hat alles funktioniert. Aber dann, kurze Zeit später, war die Rüstung aus und es hat immer noch nicht funktioniert. Also keine Ahnung. Okay, Tank kommt da hin und dann gucken wir gleich weiter. Okay, Tank ist dran. Wir haben jetzt hier knapp 7000 Millibuckets Liquid XP drin. Und wie ihr seht, füllt sich das Rohr jetzt gerade wieder mit Montpersense. Also es könnte eine Sache sein, an der es vielleicht gelegen haben könnte. Aber das sehen wir gleich. Ich habe jetzt eine Voidpipe geholt, denn ich will es nicht wieder die Tanks immer wieder austauschen. Das heißt, wir packen einfach eine Voidpipe dran. Die Mobfalle ist glaube ich gerade eh aus, weil es da irgendwie... Ich glaube, Peter hat Witchwater reingeschüttet. Und dann war genau die Sache, die bei mir super oft in den Kommentaren geschrieben wurde. Und zwar, dass eben Chargecreeper sofort explodieren, wenn sie Damage bekommen und nicht instinkt getötet werden. Und ich glaube, da war dann so ein bisschen ein Problem. Aber das war glaube ich sogar schon davor, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der Mobfall ist glaube ich gerade aus, weil sie kaputt ist. Aber da müssen wir halt gucken. Ansonsten müssen wir die mal reparieren. Ich schaue mal, was wir heute so erreichen könnten. Wenn ich weiß, ob das Voidpapier hingesetzt wird oder nicht. Noch eine Sache. Ich glaube, ich habe am Anfang gar nicht erwähnt, was jetzt eigentlich gerade Sache ist. Im letzten Video habe ich ja gemeint, da liegt ja ein Internetproblem und mein Internet ist so schlecht. Aber das ist scheinbar nicht so, sondern es geht hier wirklich um irgendeine Sache, die auf dem Skyserver passiert ist. Deswegen will ich auch gerade gucken, was es vielleicht sein könnte, was gebaut wurde. Denn bei meinem Internet ist... Klar, mein Internet ist scheiße, aber es ist irgendwie alles trotzdem normal. Das heißt, ich kann auf anderen Minecraft-Servern ohne Probleme spielen. Ich kann andere Spiele wie CSGO oder League ohne Probleme spielen. Ich habe gestern Abend gestreamt, das ging ohne Probleme. Ich kann Videos, Filme, was auch immer. Da kann ich alles gucken. Absolut kein Problem. Es ist auch kein hoher Ping oder eigentlich gar nichts. Also es muss an irgendeinem Block liegen oder an irgendeiner Struktur, die wir hier bei uns im Haus aufgebaut haben. Und die bei mir zu diesen extremen Delays führt. Also es geht sogar auf dem Skyserver intern. Ich war bei Peter, da war ich ja in ein paar Folgen dabei. Und da war es teilweise so, dass es einfach funktioniert hat. Da waren wir in einer Folge bei Revi drüben auf seinen Grundstücken. Da war absolut kein Problem. Das heißt, da hat wirklich alles wieder funktioniert. Und dann sind wir wieder ins Haus gegangen und waren so auf der mittleren Etage wie jetzt ungefähr. Und dann war der Delay wieder da. Auch wenn wir oben bei uns im Haus waren, zum Beispiel auf dem Botania-Turm, den wir bei Peter gebaut haben, war auch alles super. Kein Delay. Dann gehe ich nach unten, dann wurde der Delay ein bisschen größer. Und solange ich mich länger dort aufgehalten habe oder auch danach ein bisschen, war der Delay sofort wieder da. Also ich weiß absolut nicht, was es sein könnte. Es ist auch kein Hyping. Das hat ja auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Das kann man nicht mit MS begründen, also mit Millisecond Delay begründen. Sondern es wären eben irgendwie 100.000 MS gewesen. Und das macht eben absolut keinen Sinn. Aber trotzdem, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wenn ihr vielleicht wisst, was es sein könnte, wenn ihr schon mal ein ähnliches Problem hattet, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe normal auch kein Hyping auf dem Server. Also auch wenn ich im Menü davor bin, dann wird mir angezeigt, ich habe ein 30er Ping. Und das ist auch so das, was ich ungefähr immer habe. Und das ist eben auch kein Ping-Problem hier. Keine Ahnung, sonst wäre auch meine Verbindung oben in Tab auf Minus wahrscheinlich. Okay, Fluidpipe ist scheinbar einfach verschwunden. Die existiert aber jetzt nicht mehr. Ist wahrscheinlich selber irgendwie ins Void gefallen oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Tank wieder dran gemacht. Aber das hat jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Flüssigkeiten sind draußen. Was ich jetzt noch als Idee hatte, was jetzt aber unglaublich schwer wird für mich zu überprüfen, ist, ob es vielleicht an dem Lagersystem liegt. Denn wir haben ja hier drüben die zwei Sachen mit Tesseract und der Chest. Bei dem Tesseract kommen einige Items an und bei der Chest kommen einige Items an. Und die werden dann hier drüben aufgeteilt. Das Problem, das wir allerdings haben könnten, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es könnte eben passieren, ist, dass wir die Kisten hier voll haben. Denn ich habe gesehen, dass die Kisten letztes Mal voll werden. Denn die werden super schnell vollgemüllt durch die Mobfalle, durch den Fischer zum Beispiel. Und es könnte vielleicht sein, dass sich Items im Tesseract stauen oder irgendwie in den Kisten stauen und deswegen kein Platz mehr da ist. Das Problem ist nur, wenn ich das jetzt überprüfe, dann brauche ich wahrscheinlich eine halbe Stunde. Oder noch länger. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Weil das letzte Mal waren hier super wenig Platz in den Kisten. Also es könnte wirklich sein, dass wir einfach das vielleicht den Platz erweitern müssen. Und das wäre auch eine Sache, die, keine Ahnung, einfach so passieren könnte. Ach, in meinem Kopf machen alle Theorien irgendwie Sinn und dann ist es doch nicht das Problem. Wir gucken jetzt mal, ob es irgendwie daran liegen könnte. Und da ist der Command, den ich vor zwei Minuten eingegeben habe. Aha, da haben wir doch schon keinen Übeltäter gefunden. Die letzte Kiste, und das ist wirklich die letzte Kiste, die ist schon mal voll. Was kein gutes Zeichen dafür eigentlich ist. Die Frage ist halt nur, was werfen wir hier raus? Ich meine, Grass Dirt werden wir wahrscheinlich niemals brauchen. Wir müssten auch für ein paar Sachen wieder ein paar Caches anlegen. Aber da müssen wir das Lager irgendwie größer bauen oder so. Da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ja dann, gut, Settel ist halt so eine andere Sache. Safari Netze? Dafür haben wir keinen Cache gemacht, ne? Das müssten wir vielleicht auch noch tun, das wäre gar nicht mal so dumm. Ähm, ich denke mal, die Erde können wir auf jeden Fall rauswerfen. Cross Dirt, das ist dann schon mal ein bisschen was. Ein Problem wird halt nur, ich werde das gleich wieder aufheben. Oh man, okay. Aber wenn die letzte Kiste voll ist, dann ist das schon mal nicht so gut. Vielleicht liegt es da wirklich daran. Ich habe jetzt gerade so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Okay, nächstes Ziel ist jetzt die Mobfalle. Ich habe jetzt hier gerade mal den Debugscreen offen. Denn vielleicht, ähm, falls jemand von euch Ahnung davon hat, vielleicht hilft ihm das ein bisschen weiter. Man kann jetzt einfach mal das Video pausieren und irgendwie gucken, ob es daran liegen könnte. Ich habe unten links das Legometer an, das ist aber auch nicht so heftig. Bei uns oben im Haus ist es noch ein bisschen größer. Es gibt, ähm, auch Einstellungen dafür, was denn was davon ist. Ähm, genau. White sind Tick, White sind Tick-Fehler, Rot sind Giant-Loading-Fehler, Grün sind Frame-Rending-Internal-Server-Errors und Blues sind Internal-Server mit Smooth-World-On-Up. Ich glaube, ich habe Smooth-World eher so, also gibt es auch keine Blauen. Sondern eigentlich nur, ich meine, Grün ist das meiste. Rot erkenne ich darin nicht. Gibt es wahrscheinlich auch Rote. Und weiß gibt es ein paar. Aber eigentlich ist wirklich Grün so das Einzige. Und eben links noch das Diagramm. Vielleicht kann jemand damit was anfangen. Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal in die Mobfalle und gucke mal, ob ich hier irgendwas erreiche. Aber ich denke... Achso, hier ist schon Witchwater drin, glaube ich, ne? Uh-oh. Spaghetti-O. Ähm, ich glaube, auch Peter hat die auch umgebaut, ne? Die sieht voll smooth aus jetzt irgendwie, die ganze Mobfalle. Aber ich meine, hier hat sich halt absolut nichts verändert. Das ist halt das Problem. Ich meine, hier ist Witchwater drin? Okay. Aber ansonsten, keine Ahnung. Grinder ist halt Grinder. Ich denke auch nicht, dass ich hier groß irgendwie sonst irgendwas dran gemacht hat. Warte mal. Ich glaube, unten... Und wo bekommt er denn was? Achso, wahrscheinlich Items nach hinten weg, ne? Warte mal gucken. Genau, Flüssigkeit geht nach unten weg. Das ist alles soweit klar. Ist da wahrscheinlich ein Ding mit dran, ne? Dann Strom bekommt er wahrscheinlich hier. Genau, Receiving Fluids and Energy. Sending Items and Fluids. Ja, da ist auch alles komplett normal. Also eigentlich sollte der hier keine Probleme machen. Warum bist du nicht mehr daran angeschlossen? Oh, wahrscheinlich ist das mal kaputt gegangen. Das heißt, hier kommt kein Gunpowder mehr an. Okay, das ist aber auch nicht unbedingt super schlimm. Hm. Okay, ich muss nur aufpassen, dass hier gleich kein Creeper oder sowas runterkommt. Das wäre ein bisschen suboptimal. Aber nur ein bisschen. Dann baue ich jetzt hier mal so schnell, es geht irgendwie wieder zu. Aber auf jeden Fall ist ja eigentlich auch nichts, was Lex verursachen sollte. Aber das ist halt irgendwie immer so. Es ist nicht da, nichts da, was Lex verursachen sollte, aber irgendwas verursacht, ja. Sehr wohl, Lex. Okay. Dann geht's jetzt wohl zur nächsten Stelle. Mal gucken, ob wir da was finden. Okay, das ist jetzt wohl das letzte Update, das ich euch heute geben werde. Ich habe jetzt, glaube ich, so gut alles umgebaut, was mir in den Sim kommt, was es können sein würde, könnte, eventuell, erweise, können, seite. Ja, aber hat irgendwie nicht so viel gemacht. Also, ich habe jetzt gerade wieder festgestellt, der Delay ist irgendwie kürzer, wenn ich nur auf den Server komme. Und je länger ich auf dem Server bin, desto länger wird auch der Delay immer. Also, wenn ich eine halbe Stunde auf dem Server bin, dann habe ich irgendwann 5 Minuten Delay. Okay, wenn ich jetzt so wie gerade ganz kurz nur drauf bin, also ich bin gerade wieder neu gejoint, dann sind es vielleicht 30 Sekunden oder sowas, oder teilweise sogar niedriger. Aber, ja, ihr seht, jetzt geht's gerade sogar noch. Aber je länger ich eben auf dem Server bleibe, desto höher wird der Delay. Also, keine Ahnung, was das für ein Führer, ich weiß, so ein bisschen kräftig aus. Und, ja, was habe ich jetzt noch umgebaut? Ich habe jetzt die Mobfalle nochmal komplett umgebaut. Das heißt, ich habe das Switchwater raus, den Grinder weg. Der Grinder war einem Tesseract angeschlossen, den ich vorhin abgebaut habe, deswegen habe ich den abgebaut. Ähm, ja, dann das Kabel davon weggemacht, das Kabel wieder neu, also die Pipes wieder neu verbunden. Und, äh, ja, oben halt die ganzen Sachen, die ich davor schon angesprochen hatte. Aber mir fällt mir dazu jetzt wirklich noch ein. Ich habe ja auch, eine Sache habe ich noch, die ich jetzt nochmal ganz kurz gucken könnte. Aber dann bin ich wirklich, dann bin ich wirklich hilflos. Also, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Aber ansonsten, ähm, ja, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Okay, Momentus, ich habe vielleicht doch noch eine andere Idee. Denn wir hatten ja unsere Mobfalle und in unserer Mobfalle sind Schatzkeeper gespawnt und auch sokeeper gespawnt, die nicht getötet wurden und die dann explodiert sind. Die Mobfalle ist allerdings direkt über dem, ähm, über dem Wasserradpark, den wir ja praktisch unterirdisch gebaut haben. Und ich habe gerade gesehen, dass da unten kein Strom ist und es könnte ja vielleicht, ähm, sein, dass das irgendwas macht. Ich habe doch keine Ahnung. Ne, aber es könnte eben sein, dass die Wasserräder irgendwie kaputt sind, dass sie sich verdreht haben oder dass sie halb gesprengt wurden oder irgendwie so eine Kacke. Und das wäre vielleicht noch eine Sache, wo ich sagen könnte, das, ähm, ist plausibel. Das gucke ich jetzt auf jeden Fall nochmal nach. Denn, ja, wie gesagt, da wurde sehr viel kaputt gemacht, auch weiter unten noch. Das heißt, wir schauen da jetzt gerade mal nach. Ich weiß gar nicht, wie wir da am besten hinkommen. Wahrscheinlich, äh, hier irgendwo. Hier hinten dran ja nochmal, ne? Genau, hier gucken wir eine an. Hier sitzt überall Wasser. Okay, warte mal. Bei den Wasserrädern ist noch alles in Ordnung. Die drehen sich alle perfekt. Uah, ich muss das tun. Ja, ne, hier gut. Okay, hier ist alles gut. Da ist auch noch der Dynamo dran. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier drüben müsste eigentlich auch noch dran sein. Das Problem war nämlich, was ich gerade gesehen habe, dass, ähm, Gummelt, da warst du drin? Ähm, dass dieses Ding ja keinen Strom hat. Und das ist relativ komisch. Und sollte normalerweise nicht so sein. Unsere TNT-Produktion ist zurzeit übrigens ausgeschalten. Das heißt, wir könnten sogar mal die Kabel davon wegmachen. Genau, hier, warte, braucht das ganz kurz, was er lädt. Da ist keine Energie. Und hier ist ebenfalls keine Energie. Was mysteriös ist, denn, äh, eigentlich sollte hier Energie sein. Aber wir bauen jetzt einfach mal zwei Connector ab. Den einen hier drüben. Und die anderen dort oben. Ihr seht, gerade geht es sogar mit dem Delay so voll klar. Also, es ist nicht ansatzweise so hoch wie sonst. Aber das wird wahrscheinlich gleich wieder höher werden. So, warte, dann bauen wir dich und dich noch wieder ab. Hier, guck mal, es ist sogar fast instant. Oh! Alter, nur so ein paar Sekunden Delay. Haben wir vielleicht den Fehler gefunden? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich müsste sich dieses Ding hier jetzt auch wieder aufladen. Tut's aber nicht. Aber warum? Warte mal, ähm, vielleicht wurde hier irgendwo... Ah, guck mal, da wurde der Connector zerstört. Warte mal, das ist doof. Du solltest hier nicht unbedingt sein. Ähm, machen wir dich mal gerade so. Ey, es geht gerade. Ich kann gerade ohne Delay spielen. What the fuck? Aber, ich meine, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Und jedes Mal lag es nicht an irgendeiner Sache, die ich geändert habe, sondern in irgendwas total komischem. Oh mein Gott. Jetzt muss es halt nur noch so bleiben, ne? Wenn es jetzt so bleiben würde, dann wäre es ja absolut geil. Hier, guck mal, genau. Die Kabel sind nämlich nicht mehr miteinander verbunden. Das heißt, wir verbinden die mal, dann sollte das Ding hier auch gleich wieder Energie bekommen. Rein theoretisch. Achso, ne, er gibt die Energie gleich nach unten weiter, okay. Und was mit dem hier hinten? Der gibt es wahrscheinlich nach oben. Aber wir lassen das jetzt erstmal so. So, sollte er dann rein theoretisch wieder passen. Wir gucken mal. Also gerade funktioniert es. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Keine Ahnung, ob ich den Fehler gefunden habe, oder ob es nur wieder so ein, keine Ahnung, so ein Zwischending ist. Ich meine, wie gesagt, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, dass es so ein Zwischending war. Also, dass ich ein paar Minuten normal spielen konnte und dann kurze Zeit später war trotzdem wieder alles nicht im Lot. Okay, warte, kurz Cut. Okay, also es scheint gerade eben alles zu funktionieren. Ich bin gespannt, ob es jetzt wieder daran liegt, dass ich weiter weg bin, ob es daran liegt, dass ich irgendwas abgebaut habe, das zu Lex geführt hat. Aber ich kann es halt auch nicht beurteilen. Das ist so das größte Problem eigentlich daran. Wir können uns nochmal ganz kurz runter in die Mobfalle. Ich habe ja nämlich überall Zombies... Oh, warte mal, ich schau mal die Fackeln hier wieder abbauen. Genau, hier drüben ist jetzt übrigens kein Grinder mehr oder so. Das müssen wir dann auch auf jeden Fall wieder umbauen. Da ist jetzt nur noch der komische Stick da, der die Sachen sonst immer kaputt macht. So, dann kommt die wieder weg. Oh mein Gott, das ist so cool, ohne Delay zu spielen. Minecraft macht ja sogar wieder Spaß. Okay, pass auf, ich gehe jetzt nochmal nach oben und gucke, ob sich dann wieder was ändert. Beste Indikator dafür ist eigentlich der Fahrstuhl. Okay, Fahrstuhl ist instant. Jetzt warten wir ganz kurz, ob sich hier was verändert hat oder nicht. Bzw. ob der Delay noch da ist. Ich meine, okay, ich kann übrigens mittlerweile auch wieder das Tetheract zugreifen, weil er die umgestellt hat. Das ist ganz cool. Hier kommen jetzt gerade die Sachen an. Ja, da geht soweit auch alles. Aber es kann eben sein, dass es jetzt gleich wieder in einer Minute höher Delay ist. Delay ist. Ich mache mal ganz kurz einen Cut und gucke dann. Ja, und es ist wieder genau das, was ich gesagt habe. Ich bin hier oben und ich habe wieder einen Delay. Zwar nicht so einen krassen, aber einen deutlich spürbaren und um einiges höher, als er gerade eben war. Also, doch kein Problem gefunden. Ich bin wieder traurig. Ach man, so eine Kacke. Okay, gut. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, schreibt sie super gerne in die Kommentare. Ich bin verzweifelt und werde mal gucken, ob wir irgendwas rausfinden. Ansonsten, was ist das von einem Video? Ich habe eigentlich gehofft, dass es gibt jetzt ein Happy End, aber leider kein Happy End. Aber ja, gut. Wie gesagt, schreibt Sachen in die Kommentare, falls ihr Ideen habt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich. Und ja, dann habt noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Tschüss.